Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach eine gemoddete Crew-Aktion erstellen könnt. Ja, dafür müsst ihr auf jeden Fall Anführer einer Crew sein. Es reicht nicht, dass ihr irgendwo Mitglied seid. Ihr müsst auf jeden Fall ein Anführer irgendeiner Crew sein. Öffnen dann einmal Social Club. Geht dann einmal auf eure Crew drauf. Rechts auf die drei Punkte. Dann geht ihr auf Crew bearbeiten. Dort bei Crew bearbeiten. Scrollt ihr einmal ganz nach unten. Dort habt ihr dann die vier Crew-Aktionen. Dort wählt ihr euch irgendeine aus. Drückt dann einmal die rechte Maustaste. Geht ganz rund auf Untersuchen. Und nun müsst ihr euch einmal oben die Animation-List suchen. Ihr müsst dann einmal die Animation-List suchen. Und dann habt ihr unten die Crew-Aktion. Bruderliebe steht da. Dort klickt ihr einmal rein. Ja, und nun könnt ihr euch dann die Aktionen so gestalten, wie ihr es haben wollt. Ihr seht jetzt oben, ich habe da was vorbereitet. Was ihr eingeben wollt oben, das sind jetzt zum Beispiel die Schriftfarben. Unten, wenn ihr den Rockstar-Verifizierung-Icon haben wollt, müsst ihr euch das dann einfach kopieren. Ja, ich werde mir jetzt einmal den Rockstar-Verifizierung-Icon holen. Mit einer grünen Schrift und dann meinen Poldi-GTA-Namen noch dabei. Und wichtig ist, ihr müsst dabei immer noch ein Leerzeichen lassen. Das ist wirklich ganz wichtig. Dann einfach kopieren. Wie gesagt, das war es von mir. Jetzt sind nur ein Beispiel. Ihr könnt euch das so gestalten, wie ihr das haben wollt. Dann geht ihr wieder zurück und dort bei Animation-List einfach dann einfügen. Dann einmal auf Crew speichern gehen. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt könnt ihr mal GTA starten. Und wenn ihr jetzt GTA gestartet habt, in der Lobby angekommen seid, könnt ihr mal gucken. Einmal auf Options, auf Online, dann geht ihr auf Crews, dann geht ihr auf eure Crew drauf. Und dann werdet ihr sehen, dort ist jetzt die gemoddete Crew-Aktion. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.